Wo lang gehen wir denn? Hier lang. Mach ich doch. Ich bin... Oh oh. Ich bin just dabei, dir dein Ende zu bereiten. Das halte ich für sehr nützlich. Äh. Ah. Treffen müssen wir. Na los. Muss doch gehen. Zack. Eins weniger. Und zack. Noch. Es nimmt noch. Noch eins weniger. Okay. Wie gefallen dem Teil Energiebälle? Oh. Überhaupt nicht. Ja. Zurück, Frieden. Sie wissen ja nicht, was Sie tun. Wetten, dass... Ich bin zur Ruf. 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 Ja. Zack. Ah, da kriegst Energiebälle, mein Freund. Hier. So viele du fressen kannst. Zack. Noch weniger Deckung für dich. Deine Scheiße fällt auseinander. Jedes Mal bricht ein Stück mehr raus. Gleich ist nichts mehr da, was dir dein Arsch verbringt. Halt's Maul, Green. Mir egal. Egal. Stirb. Ja, das war es. Komm mit, Gordon. Wir müssen schnellstens hier raus. Vielleicht haben wir noch... Zeit, Dr. Freeman. Ist es wieder an der Zeit? Mehr ist, als wären Sie gerade angekommen. Sie haben viel erreicht in so kurzer Zeit. Sie waren sogar so erfolgreich, dass ich ein paar interessante Anfragen Ihren wegen hatte. Normalerweise würde ich sie ignorieren. Aber dies sind keine normalen Zeiten. Anstatt Ihnen nun eine freie Wahl vorzugaukeln, erlaube ich mir, für Sie zu entscheiden, wenn Ihre Zeit wieder kommen sollte. Ich hoffe, Sie können mir diese willkürliche Bevormundung verzeihen, Dr. Freeman. Sie werden sicher alles verstehen, wenn... Nun, das darf ich leider nicht sagen. Also dann, ich steige hier aus. Ja, das ist den, ihr Ernst. Meine Damen und Herren, das war Half-Life 2. Und die haben sich dann wirklich Jahre Zeit gelassen, da eine Fortsetzung wieder rauszubringen. Und die heißt Half-Life 2 Episode 1. Fragt auch nicht unbedingt nach der Namensgebung, nach dem Sinn dahinter, aber es ist halt so. Prinzipiell vom Grundkonzept ist es so gedacht, dass eigentlich im Prinzip Half-Life 2 Episode 1, Episode 2 und Episode 3 zusammengenommen ein Spiel ergeben sollen, das im Prinzip eigentlich Half-Life 3 sein soll, per se. Und die drei Teile zusammen ergeben auch von der Länge und vom Umfang her ein Spiel. Teil 1 ist recht kurz, naja, so mittel. Also Episode 1 meine ich jetzt. Episode 2 ist sehr kurz, ist noch kürzer. Episode 2, das LP wird, glaube ich, nur 30 Parts oder sowas haben vielleicht. Tja, und Episode 3, darauf warten wir alle jetzt seit mittlerweile schon wieder über zwei Jahren. Also, ja. Tja, was geschieht weiter? Was ist jetzt überhaupt passiert? Lebt Green noch? Lebt Gordon noch? Also, um Himmels Willen. Was macht der G-Man hier schon wieder? Der sich, wie jemand schon so passend gesagt hat, auf Deutsch ganz furchtbar anhört. Fragen über Fragen. Half-Life ist irgendwie extrem verwirrend manchmal. Und wo bleibt mein Bier? Barney, du Penner. Du bist schon wieder weg. Scheiß, Barney. Tja. Das müssen wir alle ein andermal rausfinden. Ich werde mir übrigens wohl wahrscheinlich ein paar Wochen lassen, bis ich Episode 1 dann anfange zu Let's Playen für euch. Denn ich habe jetzt mehr oder minder unterbrechungslos über die letzten drei Wochen Half-Life 1 und Half-Life 2 durch Let's Playen. Ich hätte gerne einen Moment Pause von Half-Life, wenn ihr es verzeihen könnt. Sonic habe ich ja heute fertig gemacht. Das heißt, jetzt mache ich erstmal noch in Ruhe Mega Man und Neverwinter Nights weiter. Und dann, soll ich sagen, soll ich nicht sagen, sagen wir es so, ich habe als nächstes ein Final Fantasy vor. Welches? Ihr dürft raten, aber es ist eins für die Playstation 2. Das engt die Wahl doch stark ein. Also, das war Let's Play Half-Life 2. Spekuliert gerne über die Geschichte. Ich würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren eure Meinung zu der Geschichte und zu dem Ende abliefert. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzusehen. Es ist sehr schön. Selbst wenn ihr keine Shooter gerne spielt oder so, ich denke, interessant anzusehen ist es auf jeden Fall. Allein schon, dass man mitreden kann. Ich hoffe, dafür bin ich gut, euch das näher zu bringen. Also, das war es denn. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Let's Play. Und bis irgendwann in ein paar Wochen wieder zurück bei Let's Play Half-Life 2 Episode 1. Bis bald. Bye-bye. Bye-bye.